Grundsätzlich können die Jägerinnen und Jäger in Hessen in der ASP-Sperrzone 1 das Wild selbstständig bergen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Wild immer in einem auslaufsicheren Behältnis transportiert wird, das nach Möglichkeit kein Schweiß auslaufen kann, auf dem Weg zum Auto und natürlich auch vom Auto zur jeweiligen Wildsammelstelle. Sollte jedoch ein Kadaver aufgefunden werden oder ein seuchenverdächtiges Schwein erlegt werden, dann ist darauf zu achten, dass die Bergung immer durch die professionellen Bergeteams erfolgen muss. Dann bitte immer die GPS-Daten erfassen und den Namen und die Kontaktdaten des jeweiligen Finders dieses Tieres an die Veterinärbehörde übermitteln. Die leitet dann alles weitere in die Wege, damit die Bergung so erfolgen kann, dass die Umgebung nicht kontaminiert wird und somit die ASP vielleicht weiterverbreitet wird.